ja halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play Jey L gibt's da so in angeschaut das wollte ich eigentlich nicht denn wir sind sind grad auf der Suche oder beim Versuch ein paar mehr Enderperlen zu bekommen und ja ja genau, hol dir erstmal einen neuen Sandblock, ist immer wichtig jetzt komm halt her du sneaky Bastard keinen Bock mehr auf mich ich höre auf dich, ich will nämlich nochmal eine Enderperle bis jetzt habe ich nämlich schon einen Haufen gekillt, ich glaub fünf Stück oder so müssen wir am letzten Sitz aufgefallen, wie schwer es eigentlich ist Endermans zu finden die sind total schwer zu bekommen und wo ist der Wichser jetzt hin? Mann, du brauchst nochmal einen Hit oder so ich will noch eine Enderperle von diesen fünf Endermans hat mir grad mal einer äh, haben mir grad mal zwei Enderperlen gegeben doch der hier scheint weg zu sein Neeeein na gut dann eben nicht schade schade, schade, schade na gut, dann begebe ich mich jetzt zum Enchantment Table denn wir sind wieder Level 31 ähm, jetzt noch ein bisschen eben hier durch XP fahren und davor eben durch die Endermans und so fahren und ja, auf dem Weg bis ich da hinkomme mache ich jetzt eine kleine Zwischeneinblendung von der ganzen Enderman-Geschichte also wir sehen uns drüben bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 3 Hits aber kein Critical Hit dabei war und ja uns gehen immer noch reichlich Enderperlen ab, wir haben uns gerade mal 8 Enderperlen ich glaube nur ein Ender Auge aber das ist immer noch nicht genug schauen wir mal an, Speed das sind alles die 3 Minuten Version nur ein paar Instant Damage aber kein Instant Health Potions mehr genau, ich werde hier ein bisschen braun und dann sehen wir uns wieder und da sind sie wieder aufgefüllt unsere Bestände einmal hier jetzt Speed 2 und einmal Speed 8 Minuten und hier unten die Instant Damage Potions, die wir noch über haben, nachdem wir ungefähr eine halbe Kiste einfach so verschwendet haben und hier oben ein paar Instant Health 2 Potions mit Wurfmöglichkeit und auch schon einige hier die ich dann rüber bekommen kann oder sogar bringen kann genau außerdem waren hier noch 2 Speed 3 Potions sind übergeblieben und jetzt habe ich hier noch ein paar Speed 2er und noch ein paar 8er gleich rein getan, damit ich hier wieder befüllt bin können wir eigentlich gleich noch 2 wieder auffüllen hier dann haben wir es vollständig dann haben wir es vollständig so und da sind wir am Nether Portal und da ist ein Curvy Glitch das betrifft uns aber erstmal nichts nicht, wie immer und ja ich habe mich wieder natürlich vergessen die gute Rüstung anzuziehen aber wir sind jetzt hier wieder im Nether, denn wir brauchen Sound ich vergesse jetzt jedes Mal wieder mal einzustellen äh, ne wir brauchen ähm cool, der ist auch schon ziemlich viel gewachsen wir brauchen Blazes, Blaze Roads und ja das sind ganz schön viele Zombie Pigments und ich höre irgendwo einen Gast interessiert uns aber zuerst mal nicht wir gehen rüber zu unserem Nether Fortress wie man das auch immer nennt ich glaube aber, dass es Nether Fortress genannt wird wir können uns zwar jetzt rein theoretisch wieder eine Speed Potion gönnen, aber ähm ähm ne muss nicht sein weil wir dann eh wieder rumstehen so ab zu unserem Spawner und dann holen wir uns ein paar Blazes und mit diesen Blazes und mit diesen Blazes bekommen wir dann Blaze Roads und so ist das ein tolles Kreis und so ist das ein tolles Kreis hm ich glaube wir haben noch irgendwo einen, oder? in diese Richtung, genau da sind sie leichter zu töten wenn sie eingesperrt sind wenn sie eingesperrt sind so ich frage mich zwar noch wie vor, ob das wirklich was bringt, was ich hier gemacht habe aber sehen wir gleich das Problem ist, in der Hölle kann man ja kein Wasser setzen dann holen wir uns kurz mal den ersten wow ach, jetzt weiß ich warum wir spielen auf normal das ist normal das ist normalerweise nicht mein mein Schwierigkeitsfaktor und jetzt gehen wir definitiv drauf ne, nicht mal cool ich dachte, dass es jetzt vorbei sein wird naja aber jetzt müssen wir erstmal wieder helfen bisschen regenerieren aber zack opfer noops deine ist wieder da wir könnten mal kurz hier ein bisschen horresten komm her sneaky bastard und da ist wieder einer ich weiße, oder? noops dann plasten wir das hier schnell wieder zu ups so jetzt dürfte es eigentlich ganz gut gehen und wir brauchen hier auch diesen anderen netherbrick der geht leichter kaputt und somit können wir da leichter rein und raus zack 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 mal wieder ein bisschen hier mal wieder ein bisschen hier ah, scheiße, schon wieder auf den Spawner geklickt wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein paar mehr Blazer Roadstump zusammen gesammelt habe ach, zu scheiße halbes Herzen ah, mit den Zeunen funktioniert das nicht ganz so gut geh aus da ups so'n Schuss kann auch extrem gefährlich werden das Teil kann nämlich einen selbst töten dann ups das dürfte es gewesen sein ja gut, wir sehen uns gleich wieder soo erstmal das ganze Zeug wieder einsammeln und von unserem Level wo wir waren sind und wir haben ums doppelte der Hälfte geschrumpft oder so ähnlich what the fuck da 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 wir haben ein zweitrill verloren so heißt es so, kurz kommt darauf das ist der normale normaler zack 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 da 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 ja genau was hätten ihr für kleine Wechsel das ist echt nicht leicht davor zu kommen ich denke auf jeden Fall dass ich das wieder so machen werde da noch sind ganz schön viele da sind ganz schön viele gleich mal wieder ein paar wegtun, 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 genau. So, ein bisschen farming noch, sodass ich, sagen wir mal, einen halben Stack habe und dann sehen wir uns wieder. So, und nach diesem Drip haben wir wieder 32 Blaze Roads und da werden wir gleich mal ein paar konvertieren und unsere 8 Enderperlen zu Enderaugen verwandeln. Dazu brauchen wir aber erst Blaze Powder, zack, 8 Enderugen, viel zu wenig, ich weiß, aber wir haben hier nächstes Mal einen Anfang. Und somit würde ich sagen, Enderugen, 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 packen wir denn hier hin. Hm, tun wir es einfach auch mal dazu. Hier ist übrigens die Disc, die wir bekommen haben. Von dem einen Creeper. Danke an das Skelett hier nochmal. Ähm, gibt es irgendwas zu meinen? Ne, das war letztes Mal. Sonsten, ach, ich hab hier, glaube ich, Fleisch wieder gebraut, genau. Zack. Jetzt haben wir noch ein bisschen was übrig. Machen wir das mal da drauf. Genau. Wir brauchen definitiv bald mal wieder eine neue Silk-Touch-Bezocke. Aber wir werden als erstes, bevor wir auf eine Axt gehen, äh, Spitzhacke gehen, werden wir als erstes auf eine Axt gehen. Denke ich mal. Denn hier haben wir nur Efficiency 2 und sonst gar keine mehr. Genau. Und jetzt bricht die Nacht herein. Es wäre wieder Zeit, Endermans zu formen. Ja, ich glaube, ich probiere es nochmal. Also, ich melde mich wieder mit einem kurzen Clip, wenn ich ihn gefunden habe. Bis gleich. Und jetzt bricht die Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, nicht Ender-Portale, sondern Nether-Portale. Aber so weit kann ich noch nichts sehen, bis jetzt. Äh, ein bisschen zu hoch für mich. Keine Fedder-Volling-Schuhe an, leider. Äh, das müsste gehen. So, dann schauen wir noch ein bisschen dahinter. Und wir sind schon ziemlich weit weg, also minus 1200 und minus 200, äh, minus 1200, 86, 87. So far, eine kleine schöne Oase, ziemlich tief, schaut richtig geil aus. Ne, sonst schaut's hier sehr nach toter Hose aus. Ne, da kommt nix mehr. Aber ein Enderman, den könnten wir noch schnell probieren. Hm. Ja, komm, schieß. Dankeschön. Ich dachte eigentlich, der lässt auch ne Schallplatte fallen. Hm, Pisser. Komm schon, gib mir eine Enderperle. Jawohl, dankeschön. Gut, hier ist nix, also gehen wir wieder in diese Richtung da zurück. Und, ja, bis gleich. So, und wieder ein bisschen weiter weg von der Insel. Und, da unten schaut's zum Beispiel schon sehr interessant aus. Hack, wo bist du hin? Da ist sie. Jetzt würde sie in diese Richtung fahren. Hm, das Teil ist so ewig weit gesunken. Ich glaub nicht, dass wir das bekommen. Erstens muss ich ab der Hälfte anfangen aufzutauen. Okay, wir haben's aber, wir schaffen's nicht. Wir schaffen's definitiv nicht. Ah, knapp. Gut. Aber wir müssen in diese Richtung. Aber wenn mich zu sehr interessieren würde, was da unten so leuchtet. Aber... Mann, hier ist alles so, so groß, weiträumig. Das ist echt nicht toll. Ich hätte schlafen sollen. Davor. Dann ist, glaub ich, schon wieder ein Junk-Failer. Fällen wir nochmal. Jetzt geht's wieder zurück. Und das ist auch wieder nach unten gefallen. Wo bist du? Da ist es. Na, 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 na. Ja. Ähm. Äh, ne. In diese Richtung wollte ich fahren. In diese Richtung. In diese Richtung. Weil so richtig entscheiden kann sich das Teil auch nicht, ne? Ich bau mir jetzt hier erstmal ein kleines Bett drauf. Ich hoffe, ich hab Blöcke dabei. Äh, natürlich nur, nur Holz. Oh, es ist genug. Bett drauf. Und dahin geht's. Jetzt sehen wir auch mal ein bisschen mehr. Okay, es will genau in diese Richtung. Ich wette, das kommt nicht mehr zurück. Doch, das kommt auch noch zurück. Okay, es will in diese Richtung. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Weil zuerst uns ein Ewigkeiten-Dach da hinten geschickt. Ist voll diese Irreführung wieder mal. Gut, dann fahren wir eben in Richtung Sonne. Das lasse ich jetzt dabei mal da. Ist mir sehr lustig, wenn wir es mal wieder finden sollten. So. War ich hier nicht bei diesen Zwischenpodesten-Teilen hier und hab nochmal nachgeschaut? Wenn ja, dann könnten die es jetzt zumindest eingrenzen, wenn sie es jetzt wieder zurückschickt. So, in Richtung Sonne. Jetzt schickt es uns wieder in die Richtung. Okay. Das heißt, es muss irgendwo hier dazwischen sein. Ups. Das geht wieder ziemlich weit runter. Also, scheiße. Man bräuchte einen Block davor. Okay, 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 okay. Kein Problem. Wir kommen dem ganzen Ding schon mal näher. Okay, wenn es nicht hier ist, dann muss es irgendwo hier dazwischen sein. Nach wie vor in die Richtung. Das geht jetzt natürlich kaputt. Und das geht direkt nach unten. Das heißt, hier muss es irgendwo sein. Ich höre Slimes. Ich höre Slimes. Glaub ich. Ich mache jetzt noch das Endeauge. Gut. Wir sind jetzt hier unten. Und jetzt müssen wir... Ups. Nicht das Boot wegschmeißen. Einfach nur noch nach unten graben. Und ich hoffe, dass es hier irgendwo... Ich höre definitiv Slimes. So verkehrt kann es hier nicht sein. Und ihr seht wahrscheinlich jetzt gar nichts. So. Da wird wahrscheinlich der Slime herkommen. Oh, ich habe schon das Dingens gesehen. Oh yeah, wir haben es... Wow, 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 wow. Ist da alles gut, Mann. Da runter geht ab. Leck mich da am Arsch. Ja, ich würde ganz gerne noch den Slime finden. Nee, Slime ist jetzt erst mal drauf geschissen. Machen wir noch kurz zu. Genau. So, und jetzt muss ich mich wieder anders hinsetzen. So. Wir sind hier runtergekommen. Das heißt, ich mache hier mal noch die... Leiter soweit fertig. Die Slime ist ja nicht krass. Und yes. Wir würden genau da rauskommen, wo das Enderportal ist. Wenn das nicht genau perfekt gesucht ist, weiß ich auch nicht. Das heißt, wir graben hier wieder zu. Und gehen mal ein bisschen weiter in diese Richtung. Und hoffen jetzt einfach mal auf das Beste, würde ich sagen, oder? Nee, das ist mir ein bisschen zu riskant. Noch eins weiter. Das Slime, der nervt fast ein bisschen. Okay, es sind schon einige da. Ich hoffe, das ist ein One-Shot-Kill. Ja, ist es. Sehr gut. Ich weiß beziehungsweise nicht, wie ich diesen Spawner hier ausschalten kann, effektiv. Und wir brauchen alle. Kein einziges ist drin. 3, 6, 9, 12. Aber wir haben... What the fuck? Ich weiß nicht, ob du jetzt da gespawnt bist. Wow, okay, Spider. Und da, dahinter ist das Slime. Okay. Ich mach erst mal hier alles dicht. Da ist noch ein Abandet-Mind-Chef. Das ist natürlich supergeil. Ups, wo kommst du her? Wahrscheinlich von hier irgendwo. Bring hier schmutzig da um. Denn du nervst extrem. Komm her. Und überall die Zombies. So. Weiter möchte ich jetzt erstmal nicht gehen. Erstmal ein bisschen ausleuchten hier. Hier machen wir das genauso. Erstmal ein bisschen ausleuchten. Ups. Ein bisschen zu spät. Stirb. Noch ein Creeper. Noch ein Enderman. Noch ein Zombie. Stirb. Das Stimme ist, hier hört sich überall noch diesen Scheiß Cave Spider an. Und wie es auch aussieht. Könnten hier auch sehr zurecht welche sein. So. Jetzt richte ich dich erst noch. Wichser, keine Enderperle. So, dann schauen wir mal da noch nach oben. Aha. Hier haben wir schon mal eine Spinne. Ah, woher ist. Und hier hinten eine Kiste. Mit Brot. Wirst du mich verarschen. Aber die Kiste nehme ich dankenderweise mit. Okay, und jetzt wird es ein bisschen größer als alles noch. Ah, gar nicht mehr so. Da hinten geht es noch weiter. Hier oben dafür nicht. Ich schockt mich nicht immer so. Besser. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Oh, das sieht richtig gefährlich aus. Das sieht jetzt nicht gefährlich aus. Yes, eine neue Kiste. Und ein Enderauge. Das ist genau das, was wir brauchen. Sehr gut. Ups. Da ist wohl ein gleicher Zombie hinter uns. Die eine Schiene brauchen wir nicht. Oh, und ich sehe gerade, ich habe nur noch ein einziges. Oh, und ich bin out of coal. Das ist jetzt nicht so gut. Ich denke, den Rest müssen wir hier wann anders erforschen. Jetzt müssen wir erst mal wieder zum Portal zurückfinden. Dürfte aber eigentlich nicht so das große Problem sein. Und da hinten sind wir gekommen. Das ist das Portal. Und da unten wäre Kohle, aber auch Lava. So. Gut. Wir haben es erst mal soweit geschafft. Gut. Ich baue mir hier erst mal die Möglichkeit noch ein. Dann baue ich mir hier oben eine kleine Basis-Hütte. Und jetzt brauchen wir einmal das Bett. Einmal den Crafting Table. Einmal eine Doppelkiste. Und einmal noch einen Ofen. Genau. So, dann haben wir da erst mal alles rein, was wir soweit nicht brauchen können. Slime-Bälle. Slime-Bälle. Vielleicht brauchen wir. Holz ist soweit schon aus. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir da. Brot hauen wir erst auch mal da rein. Ähm, was wir da, also da ist ja meist die Ender-Chest. Die brauchen wir schon. Die brauchen wir auch gleich. Ah, und was einmal da in der Nähe ist, das ist definitiv ein Cave-Spider-Spawner, glaube ich. Und der nervt tierisch. Und ich glaube ein paar selber Fische sind es auch noch. Drehen wir mal das Volume ein bisschen runter. So. Dann würde ich sagen, haben wir erst mal die zwei Ender-Perlen da rein. Und sonst mal irgendwas Wichtiges. Kleinbälle, Äpfel. Ah, jetzt lassen wir mal alles noch da. Weiß ja nie, was man das, wofür man das noch braucht. Genau, und unser Kopf ist kaputt. Unser Kopf ist kaputt. Ah. Die spawnen hier definitiv noch sehr gut. Gut, wir brauchen definitiv noch mehr Fackeln. Doch, bevor ich irgendein Risiko eingehe, würde ich sagen, platzieren wir gleich mal hier die neuen Ender-Augen. Und jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Ender, eine einzige Ender-Perle. Ups. Der nervt. Dann... Dann haben wir die Möglichkeit, das Portal fertigzustellen. Weil wir haben jetzt hier noch einmal zwei Ender-Perlen bekommen. Wollen wir noch ein Endauge draus zu machen. Das heißt, zurückgehen müssen wir ohnehin. Hätte vielleicht probieren sollen, in dem Bett zu schlafen. Das mache ich jetzt auch gleich. Damit zumindest mal unser... Unser Spawn wieder hier her gesetzt wird. Nicht, dass wir jetzt hier sterben noch irgendwie. Wäre nämlich wirklich ganz blöd. Denn ich weiß jetzt momentan noch nicht die Position auswendig. Ich weiß, ich sollte demnächst ein Screen... äh... F3-Screenshot machen. Werde ich jetzt auch gleich. Erst probieren wir, ob wir schlafen können. Sehr gut. Wunderbar. Dann machen wir noch ein F3-Screenshot. F2. Jetzt wisst ihr natürlich auch... Falls ihr diese Welt von diesem gleichen Seed spielen wollt, könnt ihr das quasi hier machen. Den Seed kennt ihr ja. Wenn nicht, den gebe ich auch gleich nochmal ein. Seed irgendwie so. Genau. Hier habt ihr den Seed. Und ja. An dieser Stelle befindet sich das Ant. Wunderbar. Gut. Gut, 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 gut. Wir haben geschlafen. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein paar Fackeln. Ups. Immer noch ein Haufen Sneaky Bastels. Ich will den Spawner allerdings noch nicht kaputt machen, solange es nicht nötig ist. Wenn es allerdings nötig ist, werde ich es definitiv machen. Hey. Bitch. Ah, scheiße. Oh, oh. Mann. Hört auf, mich zu nerven. Ich will den... Uuuh. Ich glaube, die kommt direkt von uns da unter uns. Ich hoffe, dass es jetzt nochmal reicht. Scheint nicht so. Recht viel mehr Fackeln kann ich jetzt. Dann wollte ich mir sitzen. Können sie ja zum Glück nicht rein. Mann, immer noch. Das gibt es ja nicht. So, wieder out of fucking. Ja. Wollen wir mal kurz hier platziert. Das war vielleicht nicht so gut. Die brauchen wir vielleicht. Die hätte ich natürlich auch mit der Kiste dabei schon tun können. Ups. Das ist mir davor noch gar nicht aufgefallen. Ja, wir werden es jetzt natürlich so probieren. Wir werden hier in der Nähe irgendwo versuchen, ein Ender-Portal aufzuschlagen. Wollen wir sagen, ich nehme eine Ender-Portal. Ich meine natürlich ein Nether-Portal. Dann jedes Mal vor uns zu fahren wird ein bisschen schwierig. Genau. Das heißt, wir brauchen... Wir haben Eisen. Dies habe ich weggelegt. Ich werde jetzt versuchen, da oben in der Wüste eben ein bisschen Obsidian zu farmen und dann hier ein Ender-Portal aufzubauen und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Okay, ich habe jetzt gerade die Zeit gecheckt und ich glaube, das machen wir jetzt das nächste Mal. Die Folge ist jetzt schon ganz schön lang. Ich weiß, aber dafür haben wir das Portal gefunden. Ey, scheiß, kacke, Silberfischs. Ich will den Spawn nicht zerstören. Na gut, also ich werde jetzt bis zur nächsten Folge ein bisschen Obsidian fahren. Hier ein Neu-Ender-Portal bauen und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.